Servus Freunde des Ballsports! Bei Benjamin Pavard läuft es aktuell nicht so wirklich. Bei der WM, da musste er sich auf die Bank setzen, da er auf taktische Anweisungen seines Trainers nicht gehört hat. Und auch auf Club-Ebene muss man sagen, bringt er so ein bisschen Gegenwind in die Mannschaft. Denn bevor die WM gestartet ist, hat er in einem Interview bei der französischen Le Equipe angedeutet, dass er den FC Bayern München gerne verlassen würde. Er hat sowas gesagt wie im Sinne von, ja er hat hier alles erreicht, er ist bereit für ein neues Land, er möchte ein neues Land, eine neue Liga, eine neue Kultur kennenlernen. Und das sind natürlich sehr, sehr deutliche Worte. Und jetzt hat sich einer der größten Konkurrenten des FC Bayern Münchens und man kennt sich, nämlich der FC Barcelona in Form von Joan Laporta, das erste Mal zu diesem Thema geäußert. Und was er da gesagt hat, das war schon sehr, sehr vielversprechend. Darum soll es heute gehen. Vorab kurz die Info, lasst mir gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Nur ca. 15% haben mich abonniert, aber jetzt soll es natürlich weiter um Benjamin Pavard und den FC Barcelona gehen. Denn gegenüber Barca TV hat der Klubpräsident Laporta bestätigt, dass man sich mit Benjamin Pavard beschäftigt. Er sagt, er ist eine echte Option für uns, sein Vertrag läuft 2024 aus und er will gehen. Er könnte unsere Abwehr verstärken. Und das sind natürlich extrem deutliche Worte, denn normalerweise sagen immer Präsidenten oder Trainer, ja wir sprechen nicht über Spieler, die einen Vertrag haben oder sonstiges. Nein, er geht hier in die komplette Offensive. Das heißt schon was. Und da passt es natürlich auch, dass er laut der Sportbild Benjamin Pavard eine Vertragsverlängerung in München kategorisch ausschließt. Wie gesagt, er möchte ja auch den Verein verlassen. Und auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat bereits jetzt angedeutet, dass man das Thema frühzeitig lösen möchte, egal in welche Richtung. Sprich, man beschäftigt sich auf jeden Fall mit einer Alternative zu Benjamin Pavard, da man davon ausgeht, dass er eben den Verein spätestens jetzt im kommenden Sommer verlassen wird. Und möglicherweise verlässt er ihn jetzt eben aber auch schon im Winter. Und das wäre dann natürlich schon der zweite Spieler, den der FC Barcelona den Münchnern wegschnappt, beziehungsweise aus den Münchnern rein loseist. Ja, okay, Benjamin Pavard war es jetzt sportlich vielleicht nicht so relevant wie ein Robert Lewandowski, das muss man ganz klar so sagen. Aber ich denke, sie werden hier wieder auch auf eine relativ hohe Ablöse pochen. So ungefähr 35 bis 40 Millionen Euro will der FC Bayern München auf jeden Fall haben. Und da muss man sagen, kriegt man, denke ich, einen ähnlich guten Verteidiger wie Benjamin Pavard und hat hier einen gerechten Preis, den der FC Barcelona aber auch natürlich erstmal zahlen muss. Ich fände einen Pavard-Abgang, wenn ich jetzt persönlich meine Meinung dazu sage, auch jetzt eher weniger schlimm. Man sagt ja immer, Reisende soll man nicht aufhalten. Und so würde ich auch sagen, Benjamin Pavard hat sehr, sehr viel für den Verein gegeben. Aber natürlich jetzt, wenn er für eine gute Ablösung nochmal wechselt, wäre das auf jeden Fall, denke ich, vollkommen in Ordnung. Er hat es ja nie so richtig geschafft, über den Rotationsspieler oder zumindest mal den, der öfter mal spielt, hinauszukommen. Denn ihm wurde immer wieder ein neuer Spieler vor den Latz gesetzt. Das Einzige Positive, und das wird dem FC Bayern München natürlich noch fehlen, Benjamin Pavard war sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Er war ja unter anderem in der Innenverteidigung einsetzbar, aber eben auch auf der rechten Außenverteidigerposition. Und da muss man natürlich einen Spieler finden, der das Ganze vielleicht kompensieren kann. Denn wenn ich jetzt auch an so einen Ausfall von Lukas Hernandez denke, der ja erst wieder in der nächsten Saison spielen wird, dann ist man in der Innenverteidigung schon relativ dünn besetzt. Klar, man hat noch Stunning-Sitsch dahinter, aber grundsätzlich muss man da jetzt mit Matthias Delikt und eben auch mit Opamecano zurechtkommen. Und wenn man da jetzt noch ein Pavard hätte, der auch mal, wenn man vielleicht irgendwie belastungssteuerungstechnisch was machen will oder wenn eine kleine Verletzung ansteht, einspringen könnte, das ist eigentlich schon Gold wert. Ich bin gespannt, wen meint ihr soll der FC Bayern München holen? Was haltet ihr von diesen Worten von Jordan Laporta zu Benjamin Pavard? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dann Leute. Ciao.